so da geht es nun weiter mit der fraquai reihe lager ausruhen könnt mich ja mal ausruhen noch mal schnell ins lager gucken ob ich was gebrauchen könnte sieht nicht aus schade dann ruhig mich mal aus das tag ich würde schon sagen da steht ein etwas größeres geht hier rum aber das ist ja mein kleines geht hier so die höhle habe ich ja im letzten let's play schon erforscht da haben wir noch eine deicher hand die werde ich mir mal unter nagel reißen gehen auf geht's attacke nie was das sind hier jetzt kaputt machen kann das brennen brenn tut es geht noch kaputt kaputt sieht er nicht so aus muss ich wohl oder übel rumrennen also schon ein bisschen doof noch noch so ein misst oje da soll ich hochkommen super stein noch 180 fuß o manu manu und und hast du fein gemacht komm mit ich 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 bin ich ich bin ich bin ich bin ich bin sag mal wie komm ich denn da hoch da ist ein weg la 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 los deicherhand ich finde ich vergraben im tiefen urwald werden wir mal gleich benutzen den müll nehmen wir leben regeneration oder teilweise geladen regenerieren sich viel schneller das ist auch nicht schlecht aber ich werde glaube ich den nehmen und gleich danach wählen gleich danach 6 fähigkeitspunkte alter ihr habt ja wohl die meise wenn man da finde beim heutigen tiere mehr was fleisch zwei fleisch zwei tier fett und zwei tier heute das ist doch auch nicht schlecht zwei und zwei könnte ich mir sogar leisten coole sache das kann der handwerker die effekte von nahrungsrezepten wirken statt 60 jetzt 90 sekunden das kann man nehmen nahrungsrezepte auch schon nicht schlecht ich bin schneller danke ich bin auf adrenalin ich bin immerhin das kann ich die blutfangen was kann ich hier fangen blut bach oha ich sollte mal lieber eine fackele ein zählchen aufstellen stehst du? ja ich muss bestimmt wegrennen von einem Vieh, was nachher kommt ok, hier geht es schon mal nicht lang alter, was ist denn das für eine crazy Höhle so, wo geh ich lang? links? oder rechts? ich probier's mal da lang heidewitzka ah bin im Kreis gerannt geh ich jetzt mal links lang da geh ich jetzt mal nach oben und da gehst du wieder nach unten ich glaube da steht die Falle noch mehr Getierdöns was hat hier bitte was gepfressen? oder kommt das später in der Mission? kommt bestimmt in der Mission, hier werde ich nur spinnen sag ich ja ähm, kommt das in der Mission so, wo kann ich denn jetzt hingehen? ich könnte mir aber auch erstmal einen Keulengürtel einen Köcher und eine eingeweihte Tasche bauen ah, ok warum zum Teufel? aha, ich hatte drei Rothundfälle so wie es aussah gut da muss ich mehr Rothunde häuten ich wollte eigentlich gucken, wo ich lang gehe Mensch echt jetzt? ich bin da rein und da wieder raus? nee, das war eine andere Höhle da ist die nächste Deichhahn ähm, werde ich mal da rein gehen Jupp! Attacke! kommt mir nicht so nah, ich habe eine verbrannte Keule ach, hier war der eine ach, hier war der eine immer schön den Weg auf der Karte folgen Oha! Da werde ich da mal runter gleuten und da geht's rein genau so so liebe Fische oder Kokos Kokos Headshot ist hier noch eine Höhle oder was? Oh! gut schön drücken hm ne so geht's nicht hab die doch letztes schon mal getötet ach so Boah! keine Ströne Schweinerei ey, da liegt sie ja haha unglaublich ich dachte schon, die ist irgendwo unter Wasser in der Höhle oder so hier soll noch Fische drin sein, wieso sehe ich hier keinen Fisch auf der Karte spielt sich wieder ein Kampf ab der Bestin sieht einer Legende an oh je, oh je die hole ich mir hey, komm zurück komm zurück, los putt 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 warte mal, warte mal ich hab doch schon na, schwarzer Hago wo rennst du hin, Kollege? das kann noch nicht dein Ernst sein hey hier kommt auch hierher also, wo? das hat innerinn getödelt ach, ist nun ab nein, das ist der falsche Mann 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 ich will doch den anderen haben wo ist der jetzt hin einfach mal ein Krüter werfen da hinten ist er ja, ja, du wirst meins mein, Kätzchen du bist jetzt meins da gibt's nichts zu widersprechen schön schleichen noch 5 und die Stärke ist auf 3 das finde ich sehr angenehm mit der Kätzchen du backst da so ein bisschen im Stein Steinbacker das ist ein Dachse das sind Schildkröten oooohh meine jetzt hab ich euch das ist eine aber und ja ich bin das ist ein so kann ich jetzt in dem lagerfeuer machen umrauschen und dann zu der hand wenn wir das aktivieren wenn der weg mit meinem schwer und meine schwere die arme führen die können doch nicht dafür ich war ihr kleinen öffchen so was haben wir denn noch herrten tarnung feuer fest notdürftige heilung reicht nicht doch reicht ich habe grünen blätter bei drei gesundheitsbalken heidewitz gaben hält zwei warum nämlich nicht das immer kostet mich nicht als war nur ein aber reicht auch für den anfang nehme ich noch mal den booster und der booster ist unterwegs so da ist das lagerfeuerchen hier ein haufen fallen hier und in einem doppelten stargate oder was nehmen einfach riesen stargate warum war ich hier schon mal was ist das not ton naja feuer alle noch eine falle aber ich will ja die deutsche hand haben ja wohl mit einem schwerer ledigt ohne ihn aus der hand zu legen dieses rennen special zum jagen ist das nicht schlecht wenn man mit pfeil und bogen nicht trifft wenn man einfach hinterher mit einem schwer und den ab und zu in den po so schnell die hand aufnehmen hier wunderbare sache und dass wir gucken was das ist ein heim für mich wo geht es jetzt lang ich habe schon fast alles entdeckt außer die unentdeckten orte die muss ich jetzt auch nicht entdecken finde ich ich muss nur dieses blöde den ring mal aus dem posten einnehmen aber der ist schwer und naja da muss ich mich noch ein bisschen trainieren also werde ich erstmal die jägerin auf meine seite ziehen und danach den krieger nochmal so 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 the kommt ein berg ziemlich hoher berg verdammt und jetzt herumlaufen ich brauchte in ihr feld ich muss sechs fälle hier von den roten kollege den brauche ich glaube ich nicht mehr für dann der ist tot den kann ich färfte dann ja wo geht es jetzt hier irgendwie lang komm ich da hoch komm ich ja da hoch habe ich denn da lang sieht so aus ja hallo in berge hier immer tasche voll was warte nur hier will mich hier noch angreifen oh 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 da kommen wir mal mehr und so nicht zu finden weil ich dich schon hab renn doch nicht weg ich tu dir noch nix ich will dich nur jagen und häuten und häuten und Hilfe hinter mir wirst du jetzt für ihr noch wieso rennst du jetzt runter ich komme da nicht mehr hoch ja du wolltest deines gleichen ich hab's schon gesehen muss der papa wieder hand anlegen das kann doch nicht wahr sein greif ihn an den bäuchen voll in die fresse das ist doch nicht die möglichkeit greifst halt die an naja keule mein Ziel ist ganz schön weit oben keule angriff komm 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 und er hat ihn erledigt kann ich ja jetzt glaube ich beide herstellen kann ich kann ich nicht kann ich jawoll wenn wir mal meiner pflicht wieder nachgehen und zu diesem blöden lager laufen ich hoffe ohne zwischenfälle war und ohne zwischenfälle da haben wir schon wieder einen zwischenfall lü 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 diesmal nicht klettern einsamer sperlager das sind meine gut zu wissen wenn ich will der hat schon ihr seht mich nicht ihr seht mich nicht ich sehe mich ja wirklich nicht ach du scheiße wuhu